Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 14. Dezember. Der Monat ist schon wieder so gut wie in der goldenen Mitte und wir dürfen gespannt sein, was speziell heute passiert. Wir schauen auf den EURUSDollar und auch auf Silber interessanterweise, denn heute haben wir ja bekanntermaßen Mittwoch und dies ist Tag der US-Notenbank FED. Und ja, vor einem Jahr gab es ja schon die Aktivität in Sachen Zinsschritt. Viel mehr ist ja dann nicht erfolgt. Das wurde ja immer wieder propagiert, dass im jetzt dann bald endenden Handelsjahr hier noch weitere Zinsschritte folgen sollten. Heute wird auf jeden Fall eine Zinsmaßnahme erwartet vom Markt. Das hat auch ganz klar der US-Dollar vorweggenommen und auch die Erwartungshaltung ist halt dermaßen stark, dass, wenn das nicht geschehen sollte, es schon eine sehr, sehr große Überraschung sein würde. Deswegen ist es ganz stark davon auszugehen, dass es auch passiert. Die Ankündigungen in diese Richtung liefen ja auch seitens der FED schon einige Zeit. Wir haben dann auch noch speziell die Pressekonferenz. Da dürfte es auch spannend werden. Also heute Abend einiges zu erwarten im Vorfeld dessen, wie auch schon gesagt, EURUSDollar ja ohnehin schon angeschlagen. Wir gehen mal in den Tagesschart vorab, um das Bild mal kurz einzunordnen, auch aufgrund der vergangenen Woche in Sachen EZB. Grundsätzlich die Abwärtstendenz, das schauen wir uns auch gleich auf dem Wochenchart nochmal an, ungebrochen. Tatsache ist, wir hatten ja einen schönen Move gesehen am 8.12. Das war eben ab Donnerstag zur FED hier mit dieser Kerze, die exakt bis in den Widerstandsbereich 1,085 reinlief. Schauen Sie sich das an, das haben wir hier als Zone schon relativ lange definiert. Oder im Oktober gab es hier so ein Stück weit Halt davor, dann gab es den Durchbruch hier im November und dann hier sozusagen den Pullback. Grundsätzlich hätte ich mir sogar noch ein Stück weit mehr erwarten können in Sachen Euro. Also nicht nur den Spike, sondern das hier auch ein Stück weit rumtänzelt. Das sehen Sie hier in den blauen Tendenzfallen. Im Ausnahmefall hätte ich mir sogar hier einen Lauf in Richtung 1.10 vorstellen können. Das ist aber ganz klar vom Tisch, denn die EZB hat ihr Anleihekaufprogramm verlängert. Weitere und mehr Milliarden sind hier im Orbit, mindestens bis Dezember 2017. Also hier die Geldschwämme geht weiter. Das ist natürlich für den Euro denkbar schlecht. In einer ersten Reaktion ging es hier eben auf ein neues Hoch, Verlaufshoch, Reaktionshoch vom Dezember. Dann aber natürlich die Retourkutsche im Zuge dessen, dass hier der Euro natürlich mehr oder weniger verwässert wird. Die FED mit der Zinsanhebung spielt natürlich jetzt hier eine ganz andere Mandoline und bläst hier in das Rohr einer Verknappung der Geldmenge beziehungsweise eben aufgrund der Zinsschritte eben hier das Ganze in eine andere Richtung zu bewegen. Und das ist natürlich sozusagen für die zwei Währungen bezogen ganz klar eine Entscheidung, eine Richtung, die hier vorgegeben wird. Und insofern sieht man das am Preisschart auch sehr, sehr schön, wie das hier im Prinzip quittiert wird. Euro aktuell hier gerade just mit einem neuen Tagestief. Und es ist davon auszugehen, meine lieben Zuschauer, wenn wir auf den Euro schauen, und da verweise ich auch nochmal auf einen Harmony-Pattern, eine Analyse, die ich hier im November schon geschrieben hatte und auch schon vor Monaten. Wir sprechen hier vom Euro-US-Dollar, der hier Monatschart-Intervall. Ich rufe den Chart direkt nochmal auf. Hier bis zu den Anfängen des neuen Jahrtausends zurück. Hier das Gardley-222-Pattern initiiert. Und hier die Annahme, wenn wir unter 1,050 gehen und insbesondere 1,046 eben das Verlaufstief hier aus 2015, dass die Parität kommen wird. Das ist im Prinzip meines Erachtens auch fast schon nicht zu vermeiden. Also Chart-Technisch wie fundamental spricht alles dafür, dass wir die Parität testen. Dann jedoch, obacht meine Zuschauer, deswegen auch die Headline. Damit rechnet niemand. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier plus minus, das ist der Monatschart, wie gesagt, da kann man das nicht auf die Pipette fixen. Aber dass wir hier im Bereich der Parität plus minus 1,200 Pips und ein Stück weit Tau ziehen in dieser Zone eben hier doch wieder möglicherweise nach oben drehen könnten. Und die Überraschung dann folgt. Also das ist ein Standing, was ich zumindest charttechnisch ableite, dass die Märkte hier eine Überraschung bieten. Der Euro hier im Bereich der Parität sicherlich totgeredet wird. Nach dem Motto, das bringt gar nichts mehr. Wir laufen jetzt in Richtung der Allzeit-Tiefs. Und genau da setzten Harmony Pattern an, entgegen des Mainstreams. Und ja, ich würde auch befürworten oder könnte mir vorstellen, dass wir als magische Marke die Parität mit Sicherheit sehen dürften. Dann aber, wie gesagt, hier dann doch die Überraschung auf der Oberseite erfolgen könnte. Ansonsten, wie gesagt, schauen Sie immer mal auf unsere Research-Seite. Ist auf unserer Website aufzurufen. In einem oberen Button. Da ist auch unser Team, unser Research-Team immer eifrig am Schreiben. Jfd Research hier auf unserer Website sehr leicht zu finden. Aber, was macht nun EUROS-Dollar, wie gesagt? Heute am Tag der FED. Sieht nicht gut aus. Wir haben es, wie gesagt, mit dem Event der letzten Woche am Donnerstag nicht geschafft, weiter nach oben zu laufen. Und es spricht alles dafür, dass wir im Prinzip hier ein neues Tief machen. Erstmal ein neues Mehrmonatstief. Und dann eben auch generell ein neues Jahrzehntetief, hätte ich fast gesagt. Und insofern, klar zu präferieren, der Lauf in Richtung Parität. Und das entgegen der Saisonalität, meine lieben Zuschauer. Das ist ganz klar. Ich zeige Ihnen den Saisonalitätschart direkt mal. Der Dezember grundsätzlich für den Euro ein sehr, sehr bullisches Unterfangen. Aber das, denke ich, wird dieses Jahr nicht geschehen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Insofern der Euro hier weiter in Sachen Talfahrt unterwegs. Und das eben hier in Richtung der Parität. So sollte es zumindest kommen. Schartechnisch deutet alles darauf hin. Wir werden sehen, was heute Abend 20 Uhr letztlich seitens der FED geschehen wird. Das ist mit Sicherheit spannend. Pressekonferenz, wie gesagt, kann auch noch für einige Bewegungen sorgen. Aber ich vermute mal, dass der Euro dann hier mit Blick auf die kommenden Wochen eben neue Tiefs generieren wird. Das ist zumindest mal die wahrscheinliche Variante. Auf der Oberseite gilt es hingegen, Überraschungseffekte seien mal hier angenommen, auf das Level 1,085 zu achten. Also signifikant drüber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es geht. Aber Reaktionen in diese Richtung wären theoretisch auch möglich. Gut, Euro, S-Dollar, wie gesagt, hier mit einer klaren Schwäche. Schauen wir ganz kurz noch auf das große Bild. Den Harmony-Pattern-Shot hatten wir gerade gesehen. Jetzt schauen wir uns hier nochmal den Wochen-Shot an. Harmony-Pattern gerade auf Monatsbasis. Jetzt der Wochen-Shot. Auch hier klar zu sehen, wir haben hier eine ganze Armada an Widerstandspunkten, wo der Preis immer wieder nicht nach oben kam. Tiefere Hochs ausgebildet hat. Und jetzt sind wir hier eben im Bereich der Tiefs aus 2015. Und wenn es da durchgeht, dann schauen Sie hier den großen Abwärtstrendkanal an. Das schaut wirklich interessant aus. Dann läuft hier vieles darauf hin, dass wir in Richtung der Parität laufen. Und dann haben wir auch die Unterkante dieses Trendkanals hier dann touchiert. Und das wäre, Sie sehen es ja hier, auch ein schöner Rebound-Punkt, um eben von diesem Level abzuprallen und nach oben zu laufen. Und das im Kontext des Harmony-Patterns ein sehr, sehr interessantes Umfeld, wie ich finde. Gut, ansonsten gestern gab es auch noch eine Analyse zu Silber. Und zwar auf unserem JFD-Desktop. Hier Silber in der Konstellation einer bärischen Flagge. Gestern und auch die Vortage hier im Bereich um 17,15. 17,15 Euro hier unsere mehrfach gescheitert. Ein sehr, sehr interessantes Setting. Und man kann theoretisch davon ausgehen, dass Silber, wenn die bärische Flagge aufgelöst wird, hier in Richtung der Tiefs vom Sommer zurückrutscht. Das wäre hier zunächst erstmal das Level von 15,82. Aber auch 15,60, 15,65, diese Unterstützungszone, die wir hier grün hervorgehoben haben, scheint mir hier ein erstes Anlaufziel. Und logisch ist, eine Dollarstärke schwächt Edelmetalle, schwächt den Euro. Und das spricht im Prinzip dafür, dass wenn der Euro auf neue Tiefs absegelt, dass der Silberpreis im Endeffekt auch nach unten läuft. Saisonal, wie gesagt, haben wir bei Gold und auch eben beim Euro eigentlichen bullischen Bias. Das, das aber, wie gesagt, wird jetzt hier gerade nicht gedeckt durch die fundamentale Schrägstrich-Schar-technische Ausgangslage. Und dann überwiegt das dann letztlich doch. Saisonal betrachtet haben wir beim Silberpreis aber kurzfristig auch schwächere Preise zu erwarten. Sie sehen es hier. Bis morgen, schrägstrich übermorgen, kann es hier nach unten gehen. Ja, insofern kann es hier durchaus auch einen stärkeren Schub geben, der den Silberpreis hier eben in die neuen Tiefen an als Niveaus der neuen Mehrmonatstiefs zurückführt. Und bleibt spannend. Silber, wie gesagt, im Kontext einer möglichen Dollarstärke hier definitiv weiter in Talfahrt. Also, ich glaube, das geht erstmal weiter, die ganze Trendgeschichte. Ich glaube aber, gerade in Bezug auch der Parität und des Rebounds aufgrund des Harmony-Patterns, dass es 2017 doch eine Überraschung auch auf der Oberseite geben könnte. Der Dollar selber ja hier auch zyklisch gesehen in seinem Turnus von 7, 8 Jahren. Der Dollar wertet ja schon lange auch auf. Ich denke, hier ist es auch irgendwann an der Zeit, dass der Dollar da mal ein Stück weit ein Päuschen macht. Das allerdings nicht heute, ich glaube auch nicht morgen oder in den nächsten Wochen. Vielmehr im Handelsverlauf 2017. Und das werden wir natürlich weiter beobachten. So dann, liebe Zuschauer, hoffe ich konnte ein paar Inputs geben. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer der Daumen hoch. Ansonsten auch hier drauf achten, wenn Sie Silber handeln. Xack US-Dollar, das ist der Spotpreis vom Silber aus dem Interbankenmarkt. Und genau das bekommen Sie bei JFD inklusive der Post-Trade-Transparenz. Was nichts anderes bedeutet, als dass Sie den Trade auch tatsächlich nachgewiesen bekommen, wo er ausgeführt wurde und dass wir nicht ins eigene Buch handeln. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte für alle, die fair am Markt traden wollen. In dem Zusammenhang einen schönen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen oder heute Nachmittag zum JFD-Devisenradar wieder. Da schauen wir auch noch auf viele, viele andere Währungspaare. Also, ich wünsche was. Ihr Christian Kemmerer einen schönen Tag noch und auf bald. Und tschüss.